So, wo geht's weiter? Da geht's weiter? Oder haha, da. Okay. Okay. Ja. Ja. Hey, komm, wo soll ich hin, man? Überall sind Gegner und... Ah. Ah. So, jetzt geht's da hoch. Hallo, warum geht der wieder runter? Warum geht der nicht da hoch? Ohhhh. Na, geht doch. Ah, ja, ich würde nicht alles sagen. Oh, okay, da war noch ein Weg hier. Ja. Okay. Hey. Jihaa. So. Hans auf Haus, komm her. Na. Hallo. Gibt's doch nicht. Jetzt endlich mal. Gute Nacht. Jo, gute Nacht. Tenzin. Mama. Wilma. Kuncho. King. Schäfer. Wo ist Schäfer? Wie kann ich sie so? Oh, was? Nate. Sie haben Schäfer. Oh, Mann. Natürlich, weil er den Dolch hatte. Ja, ich weiß. Hey. Keine Diskussion. Wir müssen los. Okay, gut. Dann rutsch rüber. Okay. Okay. Er ist bestimmt im vorderen Fahrzeug. Müssen Sie einholen, bevor Lazariewicz ihn in die Finger kriegt. Okay. Ich hab ne Idee. Was machst du denn? Ich mach die Straße frei. Hier, lenk du mal. Was? Na, mach schon. Warum hast du mich denn nicht gleich ans Steuer gelassen? So weit hab ich nicht gedacht. Ja. Nicht so wackeln. Okay. Genau so. Okay. Los geht's. Ja. Noch ein bisschen. Genau so. Joa. Ja. Oh yeah, der rammt ja sein eigener. Ja, hallo. Ha! Kommen ja alle. Ja, das kommt vollkommen. Ja, das kommt vollkommen. Kommen ja, wotcha! Kommen ja. Yeehaw! Oh, ja. Oh, es ist aus! Ja, wir brauchen nach der Truck! Yeah, was's up? Stopp! Oh, kommen die alle her! Oh, stopp, stopp, stopp! Ja, das war auch tatsächlich gut! Ja, es ist keine Munition, der! Scheiße, das Ding brennt! Ja, und, weißt du... Dann brauchen wir langsam wohl nicht mehr! Toll, jetzt brennt! Ja, und wie soll ich hin? Ja, toll! Ja, und wie soll ich das? Ja, und wie soll ich das? Ja, und wie soll ich das? Ja, und wie soll ich das jetzt? Oh, nach der Truck! So, nach der Truck? Oh, Fack, ja! 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 Schwarz, Herr Rauf! Das ist nicht gut! Ja! So... Ah! Scheiße! Das Ding brennt! Ja! Ja! Das Ding brennt! Ah! Das ist gut! Ja! Ja! Ah! Geht doch! Das geht's ab hier! Oh! Ich geh nicht auf die Bälle! Ja, hallo! Ich hab immer auf die geschossen! Was soll ich da mehr machen? Ja! 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 Ich hab immer auf die Bälle! 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 Was ich davon? Oh! Der Künstler ist hoch! Nein! Oh! Ja! Ja! Steh da! Ja! Denk fass! So! Nein! Verdammt! Jo, super. Oh oh. Das haben die nie überlebt. Los jetzt! Warte. Fast wie früher, hm? Kannst du laut sagen. Und was jetzt? Wir gehen zu dem alten Kloster. Was sonst? Da ist Schäfer. Verdammt! Was ist los? Lazarewitsch hat ihn. Oh nein. Wirst du das schaffen? Aber sowas von. Kapitel 22, das Kloster. So. So. Und auf mit dir. Ja. Nicht schlecht. Oh. Jo, nicht schlecht. Nicht schlecht, der Po. Nein, nein. Ich hab die Berge gemeint. Ehrlich. Hallo? Ja, ich auch. Äh. Okay. Okay. Der letzte Truck ist nicht angekommen. Haltet die Augen offen. Halt die Augen offen. Halt die Augen offen. Halt die Augen offen. Halt die Augen offen. Ja, wiederholt dich halt. So. Hallöchen, der Herr. Oh. Und da hab ich die Waffe mit runter geflogen. Wo sind denn alle? Wir sind bei Lazarewitsch. Er hat den alten in das Kloster gebracht. So. Udi, 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 Udi. Ja, komm. Ja, komm. Udi, 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 Udi. Bäm. Das war aber nicht nett. Okay. Wo lauft er hin? Okay. Okay. Nein. Ey, ich hab' keine Waffe. Was wollt ihr? Ja, klar, warum hat Elena eine Waffe? Jetzt mach'n Blatt. Oh. 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 M4. So gefällt mir das. Oh, da hat ja auch einer. So, ich wollte mich eigentlich komplett durchschleichen, aber puh, dann halt nicht. Wollen wir mal gucken, ob ich hab' jetzt wieder schleichen kann. Hier geht's auch. So, wer liegt denn da? Oh, Skelettman. Moment. Vorsicht! Soldaten! Sie haben uns noch nicht gesehen. Okay, Moment. Ich erledige die Kerle. Hier oben ist das eiskalt. Jo, tschüss. Ach, ich wollte ihn runterschucken. Au den. Hahaha. Du bist zum Böse. Du hast was gesehen. Ach, das willst du dir ein. Knack. Oh, richtig. Voll die Killermaschinen hier. Oh, nee. Wo sind das zwei? Okay, ganz ruhig. Er lebt! Er lebt! Nein! Und gleich bin ich tot! Ja! Gerade hab' ich ihn gekillt, Mann. Von allen Seiten jemand kommt, Mann. Hier oben ist das eiskalt. Ja, es ist hier oben so eiskalt. Ist dir auch so kalt? Und die halt runter. Haha! Ja! Ich sagte, ich hab' was gesehen. Ja! Das will ist hier rein. Ninja-Meister! Yeah! Richtig! Ja! Und ne Silbertrofäe! Hey! Hehehe. Jo, da liegen Leute leicht nur rum. So, was machen wir jetzt wieder mit dem Typ? Ich glaub' der entdeckt uns hier eh. Ah, ich hätte da ein bisschen weiter drin regeln können. Blind? Blind? Hallo, sind Sie blind? Der dreht sich auch noch in unsere Richtung. Wie gesagt, hoffentlich dreht er sich nach rechts um, aber der hat sich nach links umgedreht und hat uns nicht gesehen. Und was will der Spaß? Okay, hm, wie machen wir das am besten? Am besten so? Ja, jetzt kommt... Zack. So, und der hat davon nichts mitbekommen. Hahaha. Oh, Elena. Bleib unten. Blöde Fatsche. Ich versaut es sonst wieder. Und da wächst ein Busch aus meinem... ...ner Hose. Und sie hat es versaut. Nur so nebenbei, wie gesagt. Oha, Blindschütze. Oh, oh! Geh weg! Oh, ja! Ja! Stöner Trumpf! Ja! 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 Ich steu'n halt rum! so so haben wir die Granate aufgenommen dort drüben ist ein Maschinengewehr ich will eigentlich hier hoch um das Fass zu holen ich habe hier fast ok hier sehe ich mal nix auch schön und woher kommt der Läge situiert so da ist das M.G. aber nicht nett so so ok wie gehe ich dann nachher weiter vor sie sind auf beiden Seiten ok da oben ja und jetzt von links getötet ja 70 eliminieren so 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 da kommen sie nicht weiter so 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 gebracht. Hier liegt kein Fass. Schade. Hallo? Wo sind die jetzt? So. Dann waren es doch noch mal zwei. So. Ach, da kommt der angerutscht. So. Das MG. Mocha. Hier auf ihn schießt die noch. So, was liegt hier noch Tolles? Wow. Hier, wir gehen ja bloß weg. So, dann muss man wieder hier hin. Oder kommt der jetzt gar nicht. Feige Sau. So. Los, weiter! Ja, dankeschön. Los, los! Los! Ach, nö. Das machen wir erstmal so. Im kurzen Prozess hier. Nein, verdammt. Sehr gut. Los, weiter! Los, los! Ja. Das ist doch nicht. Ja. Yaaau. Es ist doch. Wir werden sehen. Heie So Will noch jemand? Fertig Cool Wow, bist du schlau Ich halte fest, du zuerst Okay Das war knapp, aber gut Da geht's tief runter Dieser Balken ist wohl der einzige Weg rüber Ich glaub, da unten ist ein Seil Okay, warte Ich geh runter und werf's dir hoch Jo, hier ist kein Schatz Schade So, wo ist ein Seil 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 Tja, mal gucken Geh mal mal Hier hin So Toll, wo soll ich da runter gehen Jetzt gehen wir mal kurz hoch Hallo So Dann hangel halt hier rum So überlebt er das, wenn ich da runter springe Ich glaub da unten ist ein Seil So So hin Ja, 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 ja Äh, da bricht der mal alles zusammen Mist So So Okay, hier ist das Seil Fang Pippa So, und ich geh mal währenddessen hier rüber Sieht auch sehr stabil aus Okay, mir nach Okay, nach hinten Okay, wöhm Du musst eben springen Ich fang dich Okay Ich hab dich Oh je So Ganz leicht Komm, hier rüber Okay Los, hilf mir Drück Wir drücken mal Genau Hey, wir können da raufklettern Komm schon Ja Schlaues Mädchen Ich wollte grad Kerlchen sagen Ha Vorsichtig Wer weiß wie alt die Bretter sind Aha